Willkommen zur Medieval Kampagne. Medieval Total War. Wir spielen mit der Fraktion Türken weiter. Wegen das, wir sind jetzt Runde 69. Ja, wir besetzen, das läuft so zur Zeit. Wir belagern Durazo, belagern wir. Die letzte Bug der Byzantiner, wenn ich die besiege, erober, dann ist zu Ende. Ich habe noch mal die ganzen Generäle hier. Schau mal an. Vielleicht ist da einer von denen da rein. Wegen das. Da sind wir auch schon, stimmt ja, wir sind in Spanien noch, das habe ich vergessen. Wir sind in Spanien gelandet. Haben die Sabon erobern und den Dschihad. Hier haben wir alles erobert. Hier ist alles zu. Hier, jetzt holen wir gleich uns die nächste Burg. Nein. Noch drei Runden, ich lasse sie lieber kommen. Hier hin. Lass uns mal schauen, ob ich aufnehme oder auch. Ich muss schauen. Genau, perfekt. Ich nehme auf, das ist schon mal gut. Nur halt sich halt immer checken, ob man aufnimmt oder nicht. Und das machen wir. Das ist schön. Dann bauen wir hier was. Nein, wir bauen überall, glaube ich auch. Und die Mongolen sind hier gelandet. Das ist sehr nice. Dann habe ich die mal nicht anfangs. Ich habe mich Sorgen gemacht, dass ich die Mongolen noch als nächstes. Aber die sind mein wenigstes Problem gerade. Wegen das. Okay. Ne, ich muss so lang hoch. Dann bauen wir in Aleppo was. Komm, baue was. Gar nichts. Gar nichts. What the fuck. Man, ich muss so viele Schlachten dort führen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er ist gestorben. So werdet ihr jetzt lernen von uns auch zu sterben. Das Wichtige ist, ich boote dann aber schon mal eine Shisha-Bar. Aber ich brauche ein Spion. Der kann gleich herkommen. Der soll auch gleich. Nein, 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 lieber nicht. Ich schicke ihn lieber weg von dort. Da sind Attentäter und alles so drum und dran. Und das könnte gefährlich sein für uns. Dann bauen wir noch mal so einen Attentäter. Die brauche ich alle. Und dann bauen wir noch einen Attentäter hier auch nochmal. Die baue ich auch. Ja, dann können wir ja in die nächste Runde schreiten, oder nicht? Oder doch? Die Burg geht mir hier gleich. Oder ich blagere die ja. Oh, Sieglo angreifen. Ich... 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 Das ist ja eine normale Burg. Ich kann es ja machen. Weißt du was? Wir greifen an. Spiel speichern. Wir greifen an. Ja, holen wir uns die Burg. Oh, Entschuldigung. Zeigen wir uns die letzte Burg der Byzantinern. Da ist der Ampfirauch. Der Byzantinern. Genau. Schnell. Ich kann eigentlich drauf gehen. Brauche ich eigentlich nicht. Gehen wir auf 6. Los, 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 los. Schneller, schneller, schneller. Die sollen das Feuer auf sich ziehen, die Feil- und Bogen-Truppen. Die können hierher marschieren. Der kann danach hierher marschieren. Kommt, schnell, auf, 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 auf. Oh mein Gott, das sind ja Schüsse gewesen. Schneller, Männer. Jetzt hat die Schlacht begonnen, Männer. Zeigts den. Oh mein Gott, die Leibkarte von ihm. Wir gewinnen die Schlacht. Oh, jetzt entstehen Massenpaar nicht gleich bei ihnen. Die verlieren eine Armee nach der anderen. Der General stirbt schonmal. Komm, von meiner Seite musst du raus, nicht von der Seite. Oh mein Gott, noch 34. Ich verliere meine ganzen Feil- und Bogen. Wegen das sind eh seltener. Wenn man schon eine Statt angreift, man sieht ja, wie stark die Feil- und Bogen-Tüme sind da. Die schießen so schnell raus. Wegen das sollte man immer schlechte Einheiten als Schutzschritt nehmen. Für die guten Einheiten. Immer das Beste. Aber das gewinne ich hier gerade nicht. Wenn ich mit der Einnahme hier durchmache, habe ich hier automatisch geguckt. Schnell durch. Jawoll. Was macht ihr hinten? Klarer Sieg. Das war ja einfach. Wenn ihr das Land nicht verlassen, werdet euch Saladin töten. Ja, den Auftrag haben wir nicht hinbekommen. Bevor kann man auch startieren. Scheiß-Mohl drauf hier. Wollen wir mal eine Moschee, dann das da. Dann haben wir mal unsere Ruhe jetzt. Das kannst du glaube ich nicht machen hier. Das ist unhöflich jetzt. Unser Land wirst du hier nicht bekommen. Unsere Frauen auch nicht hier. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, dass hier zu viele Attentäter sind und ich muss sie losbekommen. Oh. Cheater Mensch. Hodoos wird auch belagert. Dann gehen wir mal hier hinten drauf. Klarer Sieg. Ich will auch nicht jede Schlacht spielen. die kann ich wegschmeißen naja die kannst du sagen die können zusammen die könnte sagen genau so so und anders nicht hier seite vernichtet jawohl bezahlt ist weg kommando ja wohl vielleicht sollte ich die armee schon mal rausziehen ein bisschen oder nicht doch noch nicht ein imam brauch ich nein wo ist ein imam hallo ich könnte auch die städte abkaufen genau die 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 ok weiter geht's gehen wir in die nächste runde oder ich sage noch ein bisschen katipulier katipulieren kaput kapitulieren kaput kapitulieren noch drei runden oder paar und noch und ich glaube ich stelle doch eine armee hier auf oder nach damaskus zu schicken das wird sich der 31 gibt mir mal den 31 jährigen der so schnell wie möglich er her zusammen aufstelle ich benutze ja mit amino einmal einmal benutze ich diese armee und dann kommt so was die tigene die 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 riesige toxucken gebrauchte überall results wird schön gebaut ich habe mal unsere zige an Oh man, ich habe vergessen, ein Ding zu dücken. Ja, sie werden sich gegenseitig töten, die Venezianer und die Sicilianer. Obwohl es beide italienische Völker sind. Kommt doch, Mensch, lasst uns kämpfen um die Stadt. Ich glaube, ich muss die K.Ü. Züge Kampagne ändern. Ja, die Ägypte, oh, die kommen als Unterstützung. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dann muss ich sie aufhalten schonmal. Dann muss ich sie aufhalten. Die Ungarn kommen wieder. Die werden mich wohl nicht angreifen, oder? Aber doch, das sieht schon so aus, dass sie mich angreifen wollen. Die Schweine. Eher Schweine. Oh, eigentlich ein Inquisator. Putz mal die weg hier, die Leute. Ja. Die Mongolen. Oh mein Gott, sind das viele Ketzer. Oh man, so viele Ketzers. So viele Tote. Guck mal, da ist auch noch ein Ketzer. Die Priester machen gar nichts. Da ist auch noch ein Ketzer. Wir sind ja eh hier. Kommen alle zu uns. Alle zu uns, Dürke. Königsmord. Okay, Kompels von Mohammed angezählt. Den töte ich noch. Aber bevor ich ihn töte, töte ich euch auch noch. Juhuu. Baubericht. Das mache ich alles selbst noch hier. Ereignis. Neuesten Mitglied. Rekrutierung. Oh je je je. Lassabon. Genau. Hup, 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 hup. Lassabon. Täter. Oh mein Gott, die sind ja alle so stark. Ja. Lass uns mal ein bisschen durch die Gegend hier jumpen. Oh mein Gott. Was ist denn hier ernst, gell? Die wollen mich... Oh shit, die Stadt ist nicht so gut bewahr. Lass mich ausnutzen. Dann nehme ich Team mit. Team mit, Team mit, Team mit. Nein, die nehme ich Team mit, Team mit, Team mit, Team mit, Team mit. Team mit, Team mit und Team mit. Das müsste reichen, oder? Und Team mit. Und Team mit. Und Team mit. Und Team mit. Was ist das jetzt? Imam Bausch auch jetzt noch mal. Ich komme zum Krieg. Portugal mit England und Dänemark mit England. Das ist doch nicht nice hier. Oh, da kommt Unterstützung. Ich bin so unheilig. Die ich mich in mir auch weg bekomme. Bauen wir mal eine Ökonomie. Was? Nein. Oh man. Ich glaube eine Mine wäre gut. Durchschwerte Düstungsschmied. Oh, der ist richtig gut dann. Der mit, der mit. Warte mal so. Gehen wir mal zu Stadt, zu Stadt. Nein. Nein. Oh, nix nochmal mit das. Nein. 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 Es ist besser, wenn ich von hier schaue. Wir waren. Wir waren. Wir waren. Gar nichts. Schon so schnell. Weiterentwickelt sich das. Was? Was? Da sieht man, dass wie schnell es geht eine Stadt weiter zu sehen. Wo sind diese ganzen Kitzers hier? Sind die hier? Moment. Attentäter. Du holst dir den da. Ach. Scheiße. Brauche ich ja noch lange, dass ich den bekomme. Da kommen die. Da kommen sie ja auch nicht. Die Armee hier wo? Ah. Wenn das mal. So richtig. Wie das hier. Gut. Wie ist dieses excessch? Das ist richtig eklig. Oh. Das soll ich hier rein, komm schnell Oh, ja das machen sie Den töten wir mal Und er ist auf Wiedersehen Kommt, es klappt, 73% Jawoll, er ist Rest in Peace Auf Wiedersehen, bist du Das wird dir nicht mehr helfen Agenten-Talent eröffnet, ja Ich brauch 5 Runden bis die ganzen Städte hier richtig ausgeruzt sind Dann kann ich einen Angriff auf Ding machen Aber bevor wir das machen, gib mir mal Sound-Option, Nein, Spiel-Option, KI-Züge überspringen Besser für mich Sonst habe ich das lange KI-Vergehen nicht Weil es so lange dauert mit der KI Nervt das mich immer so sehr Gehen wir mal rein Und es klappt perfekt Nehmen wir noch paar Einheiten mit Oh mein Gott Zwei Sonne reichen What the hell So Sag mal Argentinien Agenten-Talent Und gehen wir mal weiter Ah shit Ich wollte ja die ganzen Seeschlachten Shit Agenten entdeckt von den Mauren Agenten entdeckt von Ungarn Oh meine Güte Jetzt wo der Agentin ist Ah, da Da ist der Den habe ich ganze Zeit gesucht Den Den muss ich unbedingt wegbekommen Weil Der Der Einen meiner Generäle schon getötet hat Ach komm Der ist gestorben What the fuck Oh der hat 60% Der macht es Komm du bist es Den sein Name ist Äh Killer 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 Ray Ist es Killer Ray Jawohl der ist tot Ich finde du Obdachloser Jetzt Jetzt brauchen wir noch ein Noch ein General Der ist auch tot Gut Gib mir meine Armee Den Typen Der soll mal ein bisschen was machen Der ist Wie alt ist der? Ah jo Gib mir meine Armee Herr Dradenpaar Der soll mal hierher kommen Achter Täter Oh wir haben genug Achter Täter noch hier Oh 95 Den holen wir uns auch Damnit Hat nicht geklappt Shit Kleinstadt wächst Meine Städte wechseln, wachsen, wachsen, das ist immer gut. Jetzt fahren wir hier, Rekrutierung, der Imam in Lissabon, der ist sehr wichtig für mich. Ich muss ja den Islam hier verbreiten, sonst gibt es hier religiöse Unruhen und das wollen wir hier nicht. Ach du Scheiße, uff. Uff, 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 uff. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist eine Full-Stack, die sind nicht ganz Full-Stack, aber sind schon gut. Oh, dabei, ne, die Söldner sind die einzigen, die sehr stark sind. Aber weißt du was, wir töten die Sizilianer, damit er sie mehr im Krieg. Bitte stirb, bitte stirb, Prinzessin, bitte, Madelina Toriano. Bitte stirb, bitte stirb. Scheiße, Textmaus. Ja, es ist doch keiner, der mit der Schlange sprechen kann, hier. Oh Mann. Agenten-Talent, okay, richtig, nice. Wir sind hier, ähm... Nissa, bauen wir mal ein Rüstungs-Ding, wir müssen erst mal diese Städte hier topfit bekommen. Weil diese Städte sind wichtiger. Oh, da sind zwei von den Schwachköpfen, generell. Die nehme ich auch gleich mit in den Tod. Die Söldner bleiben dort, das bleibt dort, das bleibt dort, das bleibt dort, da wird nichts gebaut, in Aleppo wird was gebaut, glaube ich. Oh, nicht. Da wird auch nichts gebaut. Jawohl, wir haben ja schon mal eine gute Armee hier, aber die ist gut bestückt von den Gegnern. Äh, eine, eine, eine dekultiere ich hier. Warte. Äh, wohin gehen die alle? Die bleiben, sollen stehen bleiben hier. Bitte. Bauen wir mal eine Schichterhütte. Da wollen wir das, Trauben wird auch gebaut. Okay, überall wird gebaut, glaube ich. Hier wird noch gebaut, noch was. Wird das noch gebaut, hier. Ah, je, 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 noch genug hier zu bauen. Geh mal hin. Okay, die kommen doch nicht. Wie, die kommen nicht? Ich hoffe, dass ihr kommt. Die kommen und kämpfen mit mir wie bare Männer auf dem Schlechtfeld Aber nein, das sind sie ja nicht Hmm, soll ich es versuchen? Ich will jetzt nicht ein Spionopfer hier Ja, lass uns das mal schauen, was ihr habt, so alles abgeht Toledo wird den nicht Weil Toledo wird die nächste Gruppe ich mir holen könnte Hier, hier, dann Toledo Dann hier runter noch Hier ist noch Granada Ja, machen wir alles in der nächsten Runde Warte Die haben gar nichts, ey, der hat nichts Oh, das muss ich machen Ich muss diesen General töten Der ist tot Die sind alle tot Ja, das kommt davon Was hat man davon gelernt? Man legt sich nicht mit den Osmanen an Das geht jedem Der sich mit uns anlegt Okay, das haben wir auch gemacht Jetzt, oh man Ich habe noch 5 Minuten Gehen wir mal in die nächste Runde Mit den 5 Minuten Fuck, der ist gestorben, mein Attentäter Oh, sie greift mich an Oh man, das ist aber nice Das ist aber süß von denen Die greifen mich an Oh mein Gott, wie süß die doch sind Ja, was soll man tun, wir müssen es annehmen Wir müssen das letzte Schaftes aber schon Wir müssen das letzte Schaftes aber schon Wir müssen das Schaftes aber schon Wir müssen das Speicheln Los Osmanis Los Osmanis Los Osmanis Okay Nehmen wir mal meine Türkmänischen Fernkampftruppen Die sind hier Ja, das ist hier Die andere kommen von hier Die und die Wir schießen auf den Mamelukenbogen schützen Und die kommen auch nicht mal Echt, die kommen nicht mal Oh oh Ist das ein Speerträger? Ach scheiße Das ist eine Kraft Oh, komm mal Wir gewinnen die Schlacht Kommt er? Oh, der kommt Und wo kommt er aber? Kommt von hier Dann stellen wir die Armee hier auf Kommt Ich weiß nicht, ob wir dort kommen Der kommt nicht Kommt er oder nicht? Oh man, die kommen nicht, oder? Die kommen doch Die kommen doch Ja, die kommen Wenn ich sehe, ist sie kommen Die kommen doch Da kommen sie ja Ja, die werden wir jetzt auch abschlachten Ich habe ein bisschen Angst gehabt Dass die K.I. nicht kommt und abhaut Dann müsste ich noch nicht runter warten Aber das wollen wir ja nicht Ich glaube es sind zwei Pfeil und Bogen geeinigt Sind das Pfeil und Bogen? Bogen schützen Bogen schützen Was ist das? Das ist das Ratschen Schleimle Das ist Katapult 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 Begin Frage Dann holen wir uns mal die. Jetzt eingezingelt. Wir gewinnen die Schlacht. Ach die Scheiße, die sind ja schon tot, oder? Die sind ja ganz tot. Kommt, holt euch die, die wir gefangen haben hier. 221. Oh, ich hab schon gerade mein General war gestorben. Das wär richtig Scheiße gewesen. Hinrichten. Bevölkerung ausradieren. Ich bin noch mal siegen. Ja, betöten Bevölkerung. Auch mir ähnlich. Waffenstillstand? Ähm, ja. Ja, gib mir mal 3000. Gib mir mal 3000. Ich will die 3000, wenn ihr mit mir hand... Ach, die Scheiße, die wir fordern. Gib mir Handelsrechte. Ja, go, sag ich. Akzeptiert. Bündnis? Sehr fordern, niemals. Würden wir auch nicht machen. Ja, wir sind sehr verständig. Komm. Der ist nicht gestorben, Alter. Scheiße, der ist nicht gestorben. Aber danke schon fürs Zuschauen. Ich mach hier mal einen Break. Und fang mit der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal. Euer Nautilus Gamer. Wir sind hier im nexten Warn zerstörben. directed. Los Gamer.